Die Hochschule 21 hat viel zu meinem Werdegang beigetragen. Das duale Konzept mit der Theoriephase auf der einen Seite und der Praxisphase im Betrieb hat mich ideal auf mein Berufsleben vorbereitet. Schon während der Studienzeit konnte ich so viel für die Praxis herleiten. Nach meinem Abschluss im Bauingenieurwesen habe ich in der Qualitätssicherung bei meinem Praxispartner Fiebruckhaus gearbeitet. Später habe ich diese Abteilung geleitet und nebenbei berufsbegleitend den Master of Business Administration, ebenfalls an der Hochschule 21, absolviert. Das war natürlich eine harte Zeit, aber heute führe ich das Ingenieurbüro für Bauüberwachung. Unsere digitale Bauüberwachung ist das Produkt jahrelanger Entwicklung in Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dabei schalten wir uns via Livestream auf ein Smartphone oder Tablet auf der Baustelle und sichern so vom Büro aus die Ausführungsqualität vor Ort. Das ist eine effektive und natürlich äußerst effiziente Arbeitsweise, denn so entfallen die Fahrtzeiten und Fahrtkosten zur Baustelle. Inzwischen setzen viele renommierte Bauunternehmen aus ganz Deutschland auf unser digitales Prüfprozess. Meiner Meinung nach ist es sinnvoll, bei der akademischen Ausbildung von Fachkräften für das Bauwesen in der Region auf die Buxtruder HS21 mit dem Konzept zu setzen. Genial dual! Untertitelung aus dem Haus